Willkommen am Galdinkai. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was? Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Echt jetzt? So ein Quatsch? Das ist euer Taschengeld. Hey, sag schon, wer bist du? Sag dich doch schon, ein Wanderer. Ja, klar. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Hm, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach.